Du stehst auf nachhaltige Entwicklung? Wir auch. Mikrobiologie und Chemie faszinieren dich. Genau wie uns. Du willst einfach bessere Lebensmittel. Worauf wartest du noch? Vom Setzen der Kakaupflanze, Ernten der reifen Bohnen, über die Verarbeitung zu Schokolade bis hin zum Transport ins Regal. Nachhaltiges Lebensmittelmanagement steckt in der Landwirtschaft, der Verarbeitung, in Handel und Konsum. Bei uns wird die Theorie lebendig. Du fängst mit Chemie, Tierhaltung, Mikrobiologie und Pflanzenbau an. Knabberst dich durch alle Technologien der Verarbeitung bis hin zum Management und Vertrieb. Wir legen Wert auf Qualität. Wir legen Wert auf Vielfalt. Wir legen Wert auf die Belebung ländlicher Regionen und deren enge Zusammenarbeit mit wachsenden Städten. Wir tragen Verantwortung für deine Generation und die nächste und für die übernächste. Gestalte die Zukunft. Und das nachhaltig.